Boah, es ist echt schwierig, weil so viele einfach passen würden. Wenn Mainz ein Emoji wäre, welches wäre es? Heute am Welt-Emoji-Tag frage ich mal die Mainzerinnen und Mainzer, welches Emoji unsere schöne Stadt am besten beschreibt. Ich würde sagen, der Spritze-Emoji passt ganz gut, weil BioNTech kommt aus Mainz und dementsprechend auch die Impfung. Mainz ist eine Universitätsstadt. Also ich finde, das Konfetti-Partyhütchen passt am besten zu Mainz, denn es erinnert mich an Fasnacht. Absolutes Partyhut-Emoji, wo das ganze Glitter rausspringt, weil hier in Mainz ist immer Partystimmung. Für mich passt am besten der Weinglas-Emoji für Mainz. Also ich würde diesen Pilz-Emoji, weil der rot und weiß ist, wie halt die Fußballmannschaft Mainzer 5. Das Emoji Liebe, das ist die Liebe von mir zum Mainz. I can enjoy it. Einmal das rote und das weiße Herz, auch für Mainzer 5. Vielleicht ein Blatt oder irgendetwas Grünes, vor allem weil wir ja jetzt grün werden wollen und viele verschiedene Orte versuchen zu schaffen. Für mich wäre es auch definitiv das Weinglas. Was ist euer Favorit oder hat er vielleicht sogar gefehlt? Dann schreibt es in die Kommentare.